einen schönen guten tag wünsche euch und herzlich willkommen zu einem weiteren video hier auf meinem kanal in dem heutigen video zeige ich euch wie fortnite auf drei monitoren aussieht das heißt ich spiele auf drei 32 zoll monitoren fortnite alles miteinander verbunden das ganze geht durch meine nvidia grafikkarte seht schon im hintergrund hier den shop der ist ewig lang auch wenn man drei monitor benutzt aber man sieht auch links und rechts wo das design vom shop endet habe ich auch nicht gewusst dass das überhaupt möglich ist aber wir springen jetzt einmal zum gameplay über das ganze habe ich mit meinem handy von hinten gefilmt deswegen ist die ja die aufnahme ein bisschen unscharf ich hätte auch so aufnehmen können aber das hat halt die ganze zeit etwas gelegt weil es sehr anspruchsvoll ist dann noch aufzunehmen ich hoffe mal das geht hier soweit klar ist auch ein kleiner einblick soll kein langes video werden das ganze welche auch noch mit minecraft und gta machen das heißt wenn es sich verpassen wollt abonnieren blog aktivieren ansonsten wünsche ich euch jetzt viel spaß mit dem restlichen video da ja 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.